Der Prüfer hat zwar die Spicker nicht gesehen, dafür aber der Direktor mit seinem achtfachen Zoom-Teleskop. Völlig unerwartet schleicht der Lehrer an, pickt sich Locken-Johnny heraus und zerrt ihn aus dem Klassenraum. Dieser Junge hat panische Angst erwischt zu werden und frisst sein Radiergummi mit den Lösungen. Locken-Johnny wird vom Direktor wie ein Strafgefangener fotografiert und sein Vergehen wird ins Klassenbuch notiert. In den Augen des Schulleiters ist Spick nämlich eine Straftat. Jetzt kommt der nächste Mathe-Test. Dieses Mädchen hat ihren Ohrring abgenommen und hält ihn gegen ihren Fingernagel. Es funktioniert wie eine Lupe. Ihre Nägel sind voller Antworten. Es ist schwer, bei diesem Test keine 100 Punkte zu bekommen. Es gibt aber noch etwas Einfallsreicheres. Der Junge nimmt die Fernbedienung und schaltet den Fernseher ein. Die Formeln erscheinen groß auf dem Fernseher. Die Schüler beeilen sich, um die Fragen zu beantworten. Aus ihrer Brust kommt eine Kamera und filmt das Prüfungspapier. Die Helfer draußen sehen sich die Prüfung an und schicken die Antworten zurück ins Klassenzimmer. Die Schüler haben Kopfhörer aufgesetzt und hören ihnen unauffällig zu.